Musik Bevorzugen Sie ein intensives Training, das deutlich über einer Stunde pro Trainingseinheit liegt? Haben Sie zusätzlich zum Training beruflichen Stress? Fühlen Sie sich durch das eine oder andere oder gar beides ausgebrannt, leer und ständig müde? Viele Bodybuilder machen unzureichende oder gar keine Fortschritte, weil die regelmäßigen intensiven Trainingseinheiten allmählich die Regenerationskräfte des Körpers aufzehren. Man rutscht nach einigen Monaten in einen Zustand des Übertrainings, der durch eine lange Phase der Entwicklungsstagnation gekennzeichnet ist. CortBlock kann hier Abhilfe schaffen, da es den Supernährstoff Phosphatidylserin in konzentrierter Form liefert und so den Mehrbedarf des Körpers nach regenerationsbeschleunigenden Mikronährsubstanzen effizient erfüllt. CortBlock wurde bereits von tausenden Bodybuildern erfolgreich eingesetzt, unter anderem vom Spitzenathleten wie Dennis Wolf, Armin Scholz, Erik Dresen und Bernd Breitenstein. CortBlock kann Symptome des Übertrainings verhindern und lässt Phasen der Entwicklungsstagnation gar nicht erst aufkommen.